Ja, also da haben die Grünen aber mal wieder Wetter bestellt hier, also Klimawetten auf jeden Fall ganz große Klasse. Ja, bei Manitou, ja, im Wilden Westen hätte man ja so ein paar Rauchwolken nach oben geschickt und dann hätte Manitou gehört. Ja, ja. Ja, der hat ja auch eine kleine Erfrischung verdient, deswegen habe ich meinen Goldfischen auch ein bisschen Wasser geblieben, ja. Obwohl ich nicht der Manitou bin und nicht Johnny Weissmüller, habe auch mit Tatsachen insoweit nichts zu tun, außer, ja, dass ich selbst auch in einem Urwald lebe. Das stimmt tatsächlich nicht. So, Paradies kann man es auch sagen oder benennen. Das sind keine Paprika, das sind Tomaten, das ist Basilikum, eine Bohnenkresse, Melisse, Bombos, Timian, Rosmarin, ja, das ist eine künstliche Rose, auf Sand gepettet.